Wir brauchen Feuerzeug Oh, es ist Kenny Für Kenny Ah, Feuerzeug Sehr gut Mit dem Schmetterding drauf Als ob Ist es aus? Oder? Ist es aus? Ich weiß es nicht Ist aber hier noch so Okay, gucken Es sieht fast aus aus Jo Okay Als ob das mit so einem kleinen Stückchen Papier Was? 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 Als ob Kann ich den Lok jetzt hier rüber ziehen? Ne, kann ich nicht Hatte Fuel? Noch kein Fuel Fuel ist doch Benzin, oder nicht, ne? Als ob ich das Foto von Lee verbrenne, alter Was? Wtf Das klingt nicht gut Geh auch noch drauf zu Clementine, du bist Schlau Haha Nice Achso, okay Achso, okay Achso, okay Achso, okay Ich glaub ich muss gleich Steuern, ne? Get the fuck over here Now Motherfucker Come out here, girl I'm not fucking around Shit Get the fuck over here Huh Not even close Jesus Are you fucking kidding me? Holy fuck Leave me alone Stop fucking running Wormit Ah Fuck Ow Go 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 Jesus Christ You were on my last fucking nerve Stop fucking kicking Kuh! 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 Oh fuck! Kuh! 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 Wow! Was? What just happened? River runs cold achievement. Alles klar! What? Get your moment a good extra loose, would I say? Aber Clementine lebt. Kuh! 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 Ein kaputtes Kanu! Kuh! Kuh! Ey! Komm ich hier irgendwie wieder weg? Hallo? ist ja nichts ich sollte mich nur mal ein bisschen besser umgucken würde ich sagen easy dead walker, walk in the trail, look at grave jetzt können wir da lang gehen oder hier den toten walk erstmal angucken lägger ich werde es mit einer pause clementine, bist so am hecheln irgendwie jetzt gibt es hier nicht nur zombies, beißer sondern auch noch wilde tiere gefährliche wilde tiere das ist nicht gut totes angst gehabt allein in so einem wald zu sein genau wegen sowas das sieht aus wie ein hund ein böser hund dox collar so sam well, nice to meet you, sam Alles klar. Allein im Wald. Oh, Brew, Alter. Shelter Achievement. Okay. Hallo? Ja, schrei noch mal Hallo. Ist doch so schlau, Clementine. Das ist recht. Das ist... Ja. Sam sucht, wie es aussieht, irgendwen, oder? Ja, sieht so aus, ne? Oh. Die Familie von Sarah. Ich würde eher sagen, ich hoffe, die leben noch. Aber okay, Clementine. Wenn du das anders siehst, dann... Ja, gut. Haha. Ich hoffe, die haben wir im Enten da gelassen. Wo rennst du denn hin? Clem. Clementine. Hallo? Oh. Nochmal. Ah, okay. Sie machen nur das gleiche. Alles klar. Ah, ne. Oh. Mach's hin. Warte hinten. Okay. Erst mal kurz Trashcan. Well, here we go. Ah. Oh, mein Gott. Thank you. Thank you. Look, Sam. I can. Now I just need... Something to open it with. Das wäre gut. Oh, ist das so süß. Oh, das ist so süß. Es ist so süß. Oh, das wirklich ist so süß. Wir gehen hier nach.